Willst du mal restart? Kacke! Kacke! Jo, schön! Oh! Die Challenge ist der größte Mist! Die ist der größte Mist! Ich schaue mir die Gegner fast selber ans Bein! Oh, Mann! Okay! Das ist der größte Mist! So! Und Petrified Pool! EP? Ich habe immer noch... Ähm... Ich glaube, ich weiß, was das bedeutet! Ich wollte gerade sagen, ich weiß es nicht, aber ich glaube, jetzt weiß ich es! Glückskacke! Das in Kacke mehr drin ist! Drei von Vieren! Coincidence? I think not! Und gerade eben der kleine Stein, den wir anstatt dem Fischhead aufgehoben haben, was auch ein Fehler war! War wohl mehr in Steinen drin! Oder mehr Steine, wo was drin ist! Irgendwie sowas! Na, macht Sinn, oder? Ich weiß! Das Problem! Wir haben... ...kein Schlüssel! Bedeutet... Wir haben... ...keinen Shop! So einfach! Oh mein Gott! Dingel! Okay! Da kommt die Gacke! Oh! Also mit dem Pfeifen kommt auch ein Schuss! Ech! Und da kommt er! Diesmal ist nichts drin! Ah! Oh Gott! Natürlich trifft er mich! Ah! Das ist noch der erste Raum? Äh, der erste Flur, meine ich! Ja, gell? Hm! Oh! Der soll nicht da oben wegkommen! Ich kann ihn da nicht gut beobachten! Ach! Komm! Geh einfach raus! Oh! Oh! Cool! Danke! Geh ich noch zurück! Ich hab da nämlich doch Herzen liegen! Aber wie gesagt! Kein Shop! Hm! Das ist ein bisschen doof! Deswegen! Ja! Ja! Einfach mal weiter! Einfach mal weiter! Und dann... Schauen wir mal! Wie es denn wird! Hier mal ein Schlüssel! Aber immer noch... Wow! Aber immer noch zu wenig Münzen, um ein Item daraus zu holen! Eine... Blöde... Münze! Ich könnte irgendwas im Arcade bomben, aber da wär mir nicht so sicher, ob ich da wirklich... Ja! Das rausbekommen will, was ich rausbekommen werde! Das... Ne! Andersrum! Das rausbekommen werde, was ich rausbekommen will! Ach! Ich bin ein verwirrter Mensch! Bitte hört auf! So! Bitte! Nope! Aber ich hab mich fürs Arcade entschieden! Entweder klappt das! Bad Trip! Klar! Tears up! Oder ich mach das! Und das alles nur für einen Shop! Dir vielleicht schon nicht nur was Gutes enthält! Hoffen wir doch mal! Das... Das... Ist... Hm... Die Batterie! Ich hab kein Spacebar-Item! Das ist... Kacke! Mist! Oh... Mann! Klar! Ich könnte mir die holen, falls ich mal ein Spacebar-Item bekomme! Das Problem ist, falls ich mal ein Spacebar-Item bekomme! Das ist ja gar nicht mal sicher! Und... Das Risiko ist einfach zu... Groß! Und... Guck mal da! Wir haben Münzen! Jupp! Ah! Da komm! Da komm! Upp! Schala! Oh! So einer ist das! Da unten ist ein Doppelherz! Zack! Monstro! Yay! Monstro ist irgendwie in der Challenge mit drin! Mann! Der gehört dazu! Ja! Oh! Voll erwischt! Diese verwirrten Monstros... Aber überhaupt diese Verwirrtheit... Die ist auch Kacke! Weil dann kann ich nicht mehr predikten, wo Monstro überhaupt hinspringt! Dann springt er nämlich irgendwo hin! Vielleicht da, wo ich am hingehen bin! Um dem nämlich auszuweichen! Und ich sehe... Mir fällt doch nicht auf, ob der jetzt verwirrt ist oder nicht! Da zum Beispiel! Ich hätte ja jetzt unter den gehen können! Oder dahin! Um eben auszuweichen! Und dann hätte er mich voll erwischt! Ach! Ooooooh! Oh, da komm! Und wir bekommen... Screw! Tears und Shot Speed Up! Ähm... Keine Ahnung! Hatte ich noch nie! Glaube ich! Oder? Top! Top! So! Nope! Nichts! Der Run hier! Fängt schlechter an als der erste! Und ich bin jetzt glaube ich schon weiter gekommen! Oh! Da geh runter! Idiot! Okay! Da könnte ich echt... Ich weiß es nicht! Was könnte ich da? Gute Frage! Last! Na los bekomme ich schon nicht grad! Dort nicht weg! Das ist genau das Gegenteil von dem was ich machen soll! Was soll's mir hinterher laufen! Wah! Aber nicht so ruckartig! Blöde Kuh! Frauen machen nur Probleme! Nur dieser Beziehungsstress! Ah! Da komm! Da komm! Na toll! Was hat's mir gebracht! Genau! Ihr habt's ja fast! Äh! Das ist... Das ist hoffnungslos! Ich seh die Spinnen noch nicht mal! Weil wenn die verwirrt sind! Die... Die... Sozusagen die gleiche Farbe haben wie der Boden! Schön, oder? Ja! Ich würd' ihn ja wegholen, aber... Da fuck! Ich bin fertig! Scheiß auf die Challenge! Ich mach's irgendwann mal, wenn ich mich ganz tollkühn fühle! Aber... Ich kann nicht zielen! Ich bin schwach! Und ich mach die Gegnerkörre! Womit die mich Körre machen! Und das alles ist Körre! Das einzigste Gute war wirklich, als ich den Wiggle Worm hatte! Wo es dann wirklich... Es war so Körre! Dass es schon wieder egal war! Dass es sogar schon positiv war! Aber dass das einfach nur... Eine Tortur! Es dauert lang! Und ich komm zu nix! Und ich krieg die nicht weg! Und... Ich weiß nicht, was passiert! Ich hatte mit diesem Wirrwarr... ...mehr Ordnung! Weil ich jetzt gerade in dem ganzen Run... Mein Name ist Ed Winkmann! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt... KEIN... ...Head Trauma! Bis dahin! Ach, und zu Bein auf Isaac, lieber! Ciao!